Herzlich Willkommen zurück zu einer Let's Play Recore, weiter in meiner Wenigkeit Labor. So, machen wir mal weiter. Wieder ein gelber. Und zwei rote. Okay, wir machen erst die roten. Den haben wir down. Den auch. Level-Aufstieg. Mech Level 8 und ich bin jetzt auch Level 8. Sehr schön. Ja, wo müssen wir hin? Da. Wir sind da oben. Da haben wir so ein... Upsa. Hey Leute. Oh, diese Kristalle sind verdorben. Wie diese feindseligen Kernbots. Diese hier, meinen sie? Okay, schon ziemlich komisch, ne? Oh, das ist... Oh, das ist... Wir werden gelb haben. Wir haben hier ein paar Punkte mitgenommen. Okay, den haben wir auch. Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hört sich schon ziemlich ekelig an, ne? Auch heute beim Einlocken habe ich gesehen, dass man wahrscheinlich noch andere Begleiter bekommt später. So, also wenn man es drauf hat, ein bisschen, dann kann man das eigentlich schon ziemlich schnell machen, die Gegner down. Roten sind jetzt nicht unbedingt das Problem, die gelben, ne? Ach, du Scheiße. Ne, ich habe es genau gesehen. Oh, was ist das jetzt? Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Schaden mache. Scheiße, tot. Uuuuh, ich würde mal sagen, die hauen ganz schön auf die Mütze, Ladies. Ja, aber mal so richtig auf die Mütze hauen die uns. Okay. Also gestorben sind wir im Kampf noch nicht, außer bei dieser Aufgabe, wo ich da hin und her springen musste. Oh, diese Kristalle sind, hat Dorf, wie diese feindseligen Kernbots. Was war das denn? Was war das? Ich meine, eine Erklärung gibt es zu uns. Oh, Scheiße. Scheiße, keine Munition mehr. Den haben wir down. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Müssen wir das jetzt nochmal machen. Opsa. Sam. Wir haben zwar diesmal keine Energiezellen mitgenommen, aber ist schon okay, mein Gott. So, jetzt wird es übel. Wir müssen auf jeden Fall auf blau lassen. Okay, jetzt haben wir hier diese komische Arena. Jetzt muss ich gucken. Alter, hört doch mal auf! Boah! Boah! Das war aber übel. So. Dankeschön. Können wir hier wieder alles einsammeln von den Büchern, die wir umgebracht haben. So, jetzt sollen wir eigentlich zurück. Eigentlich, in meinen Augen, sollten wir uns hier noch ein bisschen umgucken, denke ich. Soll sich der Kernung befassen, ich will nicht. Das ist aber keine Kisten, eine wertvollen, wo wir irgendwelche coolen Umstände bekommen. Soll ich hier hinten gerne mal gucken. Aber dieser gelbe Nebel ist nicht gut. Funktioniert nicht, Leute. Oh, scheiße. Also, alles hat nicht funktioniert. Okay, aber jetzt sah mehrere Stunden mich, um so ein paar Kleinigkeiten einzusammeln. Weiß nicht, wie wichtig die Sachen wirklich sind. Das ist noch so... Da ist es zum Updaten und dies und jenes. Findet man diese Viecher wirklich nur in irgendwelchen Geheimverstecks? Guck mal, was da noch alles so ein Weg ist. Das mache ich jetzt. Upsa, die untere Decke springen. Hallo? Was mache ich jetzt, Leute? Versuchen wir noch höher zu kommen, um uns das da oben mal alles anzugucken. Da scheint nämlich eine Kiste zu liegen. Wollen wir gehen mal gucken. Wollen wir gehen mal gucken. Also, Kisten... Also, Kisten aufschießen ist hier nicht schlau. In so einem verseuchten Gebiet. Wir haben jetzt noch ein paar eingesammelt. Ich will mal weitergehen. Ich bin irgendwo mega neugierig, was uns da drinne erwartet. Hallo? Lady? Dankeschön. Was hast du denn? Ich schlüpfe erst mal hier. Okay. Versuch, was zu finden. Hä? Warum Mucke? Muss ich gucken, wie ich da wieder hochkomme, ne? Muss wahrscheinlich außen rum, Leute. Dann... Dann... Das war's. Ah, das hat mich doch noch gekriegt. Schluss jetzt hier. Mal angreifen. Wo bin ich denn hier? Wir greifen dich an. Wir machen dich fertig. Wir machen dich auch. Damit ihr hier nicht mehr verarschen von euch, kleinen Viechern. So. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Wie sollen wir da hinkommen? Oh, das wird eng. Ach, ich lerne es irgendwann auch noch mal. Nicht immer den direkten Weg nehmen, Glamour, ja? Musst du natürlich auch mal nach links springen oder nach rechts springen, dann klappt das. Und so. So. Und so. Und so. Zack, Hammer. Trotzdem will ich ja gerne da... Blöden Dinger. Trotzdem will ich da oben gerne die Kiste haben. Wenn wir da jetzt könnte vielleicht von hier aus abkürzen. Zack. Nehmen wir erst mal das hier noch mit. So. Das da. Kannst du irgendwie hochbacken. Haha. Geschafft. Aber das war nicht so gewollt. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Dankeschön. Was haben wir gekriegt? Ein Wandler. Blaue Fusion. Abgenutzte K9-Sensor. Abgenutzte K9-Parts. Wunderschön. Wieder ein paar Teile bekommen. So. Jetzt können wir aber... Ah, das klappt. Jawohl. Jetzt können wir aber weitergehen. Okay. Ich glaube, es ist manchmal wirklich schlauer zu Fuß zu gehen. Statt immer den Teleporter zu benutzen. Dass wir einfach viel mehr Sachen bekommen. Oh, ich wusste es. Sicherheitsbots. Gut. Vielleicht wissen die, was ihr vor sich geht. Du willst den Kern? Warum? Victor verlangt es. Wer zur Hölle ist Victor? Merk! Hey, was ist denn los? Ich werde ihn diesen Bots nicht einfach überlassen. Oh, oh. Nee, was ist das? Was machen wir denn noch los? Denen egal, alles da. Gib mir den Kern von dir. Das war's. Wo ist der andere hin? Der andere sich wohl verpieselt. Da wo ich Panik gekriegt war. Aber wer ist Victor? Ah, Victor war ja dieser mit dem goldenen Schädel da. Ja, genau, genau, genau. Die ewige. Wenn freundliche Campbots... Ja, wollte ich mal was lesen da unten. Da war dann auch schon wieder erledigt. Wird auch mal aufzuladen. Wir konnten nicht all die schwere Ausrüstung auf Schiffe laden und nach Neu Eden bringen. Stattdessen sollten sie die Kernbots vor Ort bauen. Okay. Hinter uns ist nichts. Dann können wir mal weitergucken. Da haben wir schon wieder einen Teleporter. Das Notsignal kommt vom anderen Ende dieser Grube. Komm mit, Mac. Level 8, Alter. Okay. Also auf jeden Fall eine Kiste. Da würde ich auch gerne hin. Aber wie kommen wir... ...bessen da rüber? Das ist schon wieder so ein blöder Roboter. Naja, machen wir erstmal den da unten. Und jetzt kommen wir noch die blöden Roten. Dack. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Alter, ich muss erst blau machen. Alter. Blau ist beschissen. Rot ist leicht, blau ist beschissen. Eieiei. Jetzt bin ich aber schon aufgestorben. Eieiei. Okay, nochmal. Weil es so schön war. So. Diese Kiste da, die werde ich diesmal nicht zerstören. Ja. Weil, das ist nämlich doof. Ha! Jetzt komme ich trotzdem noch nicht da. Oh mein. Ja. Ja. Das wird nicht funktionieren, Leute. Aber der muss jetzt so schnell wie möglich dauern. halt Brot. Jetzt noch mal Schaden. Zack, 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 zack. Und gib mir das Ding. Zack. Und den nächsten. Zack, 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 zack. Und zack. Das war's. Eieiei. Oh. Alles klar. Öffnen. Öffne dich. Tadadadam. Bonus. Bauplan für gelbe Wildfanghundverstärkung. Okay. Ich würde mal sagen, wir finden gerade ziemlich, ziemlich viel. Ich sage damit aber erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei WeCorp. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.